I need to keep you in my heart. Dr. Rosie und ich, unser Projekt, unsere Betonstadt, Betonwil, wir haben einfach dieselbe Wut, dieselben Wünsche. Wir gehen hier eine Abmachung ein, die das Konzept der herrschenden Präsenz erfüllt, mit der Fähigkeit, komplett und energisch-physikalisch im Moment da zu sein, um zu den Erfolgreichsten in der Welt zu gehören. Eine strenge Zone, nur für sie allein, aus Beton, eine Steinstadt, Betonwil, Ein-Personen-Regenten-Hepräsentant-Wiederholen. Politische Werte-Richtung 85%, Intelligenz, Religions-Zugehörigkeit, Alkohol, Zigaretten, Drogenkonsum, Scheiße-Bahn. Willkommen in Betonwil.